Hallo Leute, hier ist Armin Staudt mit einem Update zu meinem Video. Photoshop-Voreinstellungen 12, Maßeinheiten und lineale, PPI-Zahl eures Bildschirms ermitteln. Das hat nämlich nicht für alle funktioniert, diese Formel, die ihr hier sehen könnt. Und das Leben könnte so einfach sein, wenn es nicht super kompliziert wäre. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass es zum Beispiel Leute gibt, die zum Beispiel hier mit 5K-Monitoren unterwegs sind. Die haben die natürlich jetzt nicht auf ihrer höchsten Auflösung fahren, weil sonst wäre es ja wahrscheinlich alles zu klein oder so. Ich habe so einen Bildschirm nicht, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe hier so einen uralten ISO-Bildschirm und so. Und wenn ihr euch jetzt mit diesem Thema beschäftigt, mit Bildschirmen, verschiedenen Auflösungen und wie ihr den laufen lasst und so, dann kommt ihr irgendwann auf die Frage, wie groß ist denn eigentlich ein Pixel? Das könnt ihr ja mal googeln und dann lest ihr euch das hier mal durch, bildet euch mal weiter. Und dann werdet ihr feststellen, dass das Leben tatsächlich kompliziert ist. Also, damit wir jetzt aber auch die Leute befriedigen können, bei denen das nicht funktioniert hat mit dieser Formel, gibt es hier einen User, der kann nämlich rechnen. Das ist nämlich der Michael, der kann rechnen. Und der hat hier geschrieben, wie es eigentlich wirklich geht. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal in Photoshop. Wir gehen jetzt mal rüber zu Photoshop und machen dort ein neues Dokument. Ich habe das natürlich vorher mal ausprobiert. Ja, deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal neu. Also, ein neues Dokument und zwar in 300 dpi. Ja, wenn ihr 300 dpi nehmt, ist das bei mir zumindest so, dass ich auf ein Dokument komme, das 9,99 cm groß ist. Ja, weil die Zentimeter passen nicht auf die Pixel drauf. Deswegen kriegt ihr niemals ein Bild, das wirklich 10 cm groß ist. Ja, da fängt es schon an, ungenau zu sein. Das heißt, dass wir hier immer nur mit Nährungswerten arbeiten. Das heißt, wir kommen hier niemals auf exakte Werte. Das ist nämlich ein Trugschluss, dass man denkt, man könnte in Photoshop tatsächlich pixelgenau arbeiten. Ja, wenn ein Pixel aber keine feste Größe ist, sondern mit der Auflösung und anderen Dingen zusammenhängt, dann kann die ganze Sache schwierig werden. Aber wir wollen ja einfach nur eine Postkarte machen und nachher die Postkarte dran halten. Dann soll die genauso groß auf dem Bildschirm sein, wie in echt. Ja, und ob das jetzt ein Tausendstel mehr oder weniger ist, ist doch echt scheißegal. Ja, also wir machen jetzt einfach mal hier scheißegal. Ja, ich kann es euch ja auch mal zeigen. Wenn wir hier auf, sagen wir mal, Millimeter gehen, dann haben wir jetzt hier kein Dokument, das 10 x 10 cm groß ist, sondern das ist halt einfach ein bisschen kleiner. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal in die Voreinstellung gehen, ja, weil wir müssen ja jetzt auch einfach mal hier feststellen, was hier eingetragen ist. Bei mir ist das natürlich jetzt anders. Wir gehen unter Maßeinheiten und Lineale, ja. Und da steht normalerweise eine 72. So, jetzt trage ich die da ein und sage, okay. Okay, und dann geht ihr in das Menü Ansicht Druckformat, ja. Und jedes Mal, wenn ihr die Zahl verändert in den Voreinstellungen, müsst ihr immer wieder hier auf Ansicht Druckformat gehen, ja. Nicht wie andere User meinten auf 100%. Die haben dann einfach nicht zugehört. Es ist doch wohl irgendwie klar, dass ich bei 100% hier kein Lineal dran halten kann, weil das sind jetzt hier mal locker, was weiß ich, 30 cm oder so, ja. Sondern das geht nur im Druckformat, okay. So, und das müsst ihr jedes Mal neu einstellen, wenn ihr in den Voreinstellungen was verändert, weil sich das hier nicht automatisch anpasst. So, jetzt halte ich ein Lineal dran, ja. Ihr werdet in den Filmen sehen, dass das nach 7,7 aussieht, aber wenn man es richtig dran hält, dann sind es 7,6, ja. Also wenn ich das bei mir mache, wenn ich in den Voreinstellungen auf 72 DPI bin, im Grunde steht, ist es auch egal, was da für eine DPI-Zahl drin ist, sondern ihr müsst jetzt einfach nur einen Ist-Wert ermitteln, indem ihr ein Lineal dran haltet in der Druckansicht. So, jetzt gehen wir auf Maßeinheiten, Lineale. Wie gesagt, hier kann eigentlich stehen, was will. Wir müssen nur den Ist-Wert, den wir im Druckformat gemessen haben, den müssen wir jetzt hier eintragen. Und wir teilen jetzt diesen Wert, der da steht, bei mir sind das jetzt 72, teilen wir durch den Ist-Wert, der ist nämlich 7,6 bei mir, okay. Und da wir ein Dokument erreichen wollen, das 10 Zentimeter groß ist, dann nehmen wir das Mal mit 10. So, und wenn ich jetzt das Feld wechsle, dann wird hier unten das Ergebnis angezeigt. Das sind bei mir 94,737. Wenn ich das mit der Formel mache, dann sind das 93, irgendwas, ja. Das heißt, ich habe mich jetzt einfach darauf geeinigt, mit geraden Zahlen zu arbeiten. Ich treffe mich jetzt einfach in der Mitte und trage hier eine 94 ein. So, jetzt muss ich wieder den Bildschirm aktualisieren, indem ich hier auf Druckformat gehe und ihr seht gleich, dass das größer geworden ist, ja. Wenn ich jetzt ein Lineal dran halte, kommen dabei 10 Zentimeter raus. Also ein Näherungswert an 10 Zentimeter, der aber genau genug ist, um damit im Alltag zurecht zu kommen, ja. So, und so stelle ich mir Lernen vor. Das heißt, dass ich hier einen Vorschlag mache, ja. Gemäß dessen, was ich weiß, weil dieser Tipp hier, der ist, glaube ich, zig Jahre alt. Den habe ich mal vor 10.000 Jahren, wollte ich gerade sagen, vor 10 Jahren irgendwo aufgeschnappt und habe den jetzt einfach mal in das Tutorial reingenommen hier, weil es ja um die Voreinstellung geht. Und da muss ich ja über diesen Punkt sprechen. Ich hätte das normalerweise, hätte ich diesen Tipp hier gar nicht als Tutorial verfasst. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Das hatte einfach nur mit dieser Playlist zu tun. So, und dann mache ich vielleicht einen Fehler für manche, ja. Für andere geht es, weil man kann es niemals allen recht machen, wie man hier auch an diesem Daumen runter sieht. Und dann macht aber jemand einen sehr interessanten und klugen Vorschlag, der für andere auch wieder funktioniert. So stelle ich mir Lernen vor. Also der Lehrer ist nicht allwissend, sondern der ist genauso gut ein Schüler. Und es gibt immer dann auch mal einen Schüler, der dann einfach einen besseren Vorschlag macht als der Lehrer. Und dann sind wir alle insgesamt klüger. Und das finde ich überhaupt nicht ehrenrührig oder so. Ganz im Gegenteil. So stelle ich mir gemeinsames Lernen vor, ja. Ach so, der Kommentar hier, den finde ich auch voll geil, ja. Weil da rede ich ja über Spaltenmaße. Und der sagt mir hier, und ich habe mich darüber gewundert, dass es das Spaltenmaß nicht bei der Höhe gibt. Und er sagt ja hier, Spalten gehen natürlich immer über die Breite. Ich meine, das ist die Definition von einer Spalte, ja. Aber wenn ihr so ein Tutorial aufnehmt, dann ist das so, als wenn ihr bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzt, ja. Also da bist du halt super, also nicht nervös oder so, aber du bist halt irgendwie angespannt und hast halt ein bestimmtes Ziel im Kopf oder so. Und wenn du aber zu Hause fett mit deinem Popcorn im Sessel sitzt, dann weißt du immer jede Antwort, ne. Und so ist das hier auch, wenn du ein Tutorial aufnimmst. Also kann es durchaus mal sein, dass da solche, Entschuldigung, lustigen Verwechslungen aufkommen. Also, ich hoffe, euch hat das geholfen. Ja, zieht euch das rein und schreibt mir doch mal, ob das jetzt auch für die 5K-Leute funktioniert hat. Das würde mich sehr freuen. Euer Armin Stautz.